Guten Tag, schön euch zu sehen. Bleibt ein Weilchen und hört zu. Servus und hallo liebe Leute, willkommen zu Weiterspielen, dem Format in dem ich euch Spiele vorstelle und mich und euch dann frage, ob ich die weiterspielen soll. Heute schauen wir uns an Dragon Space Story, das ist von Xenotech und gepublished auch von Xenotech, also in eigenen Produktion gepublished und Pleasant Rain Limited hat ihnen auch geholfen beim Publischen. Von Xenotech finde ich sonst nichts, das heißt eines der wenigen Spiele von Xenotech, Veröffentlichungsdatum ist Q2 2021, das heißt es ist noch nicht offiziell draußen. Ich kann es aber schon an das Spiel, also vielen Dank an den Entwickler dafür und das Spiel ist grob umschrieben Faster Than Light. Jeder der Faster Than Light kennt, schon mal gehört hat, der wird was mit Dragon Space Story anfangen können. Wir werden uns das ganze Spiel anschauen, es gibt es dabei nur in Englisch, schauen wir uns mal die Settings an. Language, also es gibt schon noch andere, aber ich kann kein Russisch und das ist Koreanisch wahrscheinlich, das ist vielleicht Chinesisch, das ist, schaut nach Holländisch aus. Ja, ja, Englisch, deswegen. Resolution, die lasst man in Full drinnen, Ultra und so weiter. Übrigens ist es lustig, abseits davon habe ich, ich verfolge Piranha Bytes, die Gothic Entwickler, auf ihrem YouTube Kanal und die haben letztens einen Talk rausgebracht und haben gesagt, sie sind total überrascht, dass so viele am Anfang mal, bevor sie ins Spiel gehen, ins Settingsmenü gehen. Und ich muss sagen, ich mache das immer, nicht weil ich dort irgendwas umstelle, sondern einfach, weil ich mir anschaue, was es gibt für Möglichkeiten. Manchmal verändere ich auch die Qualität auf Ultra, aber auch allein als Video, um euch zu zeigen, was es für Möglichkeiten gibt, weil es gibt so viele Ultra-Grafik-Fanatiker, die dann sagen, ihnen ist total wichtig, dass man, you name it, XY einstellen kann, Anti-Aliasing, volle Auflösung, 60 FPS, etc. Und da möchte ich auch einfach herzeigen, was das Spiel aktuell zu bieten hat. Für mich ist es immer ganz interessant, wenn ein Spiel eine UI-Option hat, sodass man das UI scalen kann. Für meine Augen ist das einfach besser. Hier gibt es das leider nicht, ist nicht vorhanden, aber wie gesagt, ich schaue da eigentlich immer rein. Deswegen einfach mal, um euch zu zeigen, was es für Möglichkeiten es gibt und vielleicht das eine oder andere zu entdecken. Gut, das ist unsere Crew. Ich werde es gleich erklären für jeden, der Fast and Light nicht kennt. Aber ich würde sagen, wir schauen noch erstmal ins Spiel rein, sodass ich euch dann on the fly das erklären kann und nicht einfach im schnöden Hauptmenü. Wir haben AS Crew, Kirill, Grace, Julia. Ich kann niemanden umbenennen, noch nicht. Können wir mal vorstellen, dass das aber noch gehen wird, dass das noch reingepatcht wird. Ziemlich sicher. Human Explorer, das heißt, es zeigt schon, da könnten auch Aliens reinkommen, mit denen man dann fighten kann. Da sieht man es auch schon. Es gibt schon den Eteri Cruiser als zweites Schiff, das man freigeschalten hat. Von Beginn an. Kann sein, weil ich jetzt die Vorabversion habe. Das ist das, was ich schon freigeschalten habe. Man wird es dann sehen, ob ihr das dann auch könnt, wenn das Spiel dann verfügbar ist. Genau, das sind Etaris, die da offenbar an Bord sind. Schelinia und Vala und dann gibt es noch weitere Schiffe. Die haben wir noch nicht freigeschalten, weil wir wissen es nicht, wenn ich drüber scrolle, gibt es keinerlei Infos, warum das noch nicht freigeschalten ist. Schauen wir einfach mal. Waffen gibt es hier, eine Plasma-Waffe und einen Rocket-Launcher. Plasma-Waffe kann man eigentlich immer reinhauen, das ist wie ein Phaser. Für den Rocket-Launcher braucht man Rockets, also braucht man irgendwie eine Art Munition. Gut, wir schauen rein, gehen auf Start. Am Anfang kommt übrigens ein zwingendes Tutorial, was ich einen seltsamen Schritt finde für ein Spiel, ein zwingendes Tutorial anzubieten. Ich hoffe, das ändern sie noch. Ich habe bisher zweimal reingeschaut ins Spiel, mir kam vor einmal was nicht zwingend und beim zweiten Mal dann schon. Also offenbar ist es dazwischen reingepatcht. Ich hoffe, dass man das überspringen kann, weil, ja, wie ich gesagt habe, jeder der Phaser-Tan-Light kennt, wird sich hier reinfinden. Es gibt ein paar weitere Spielmechaniken, abseits des Bekannten, aber im Großen und Ganzen kann man was damit anfangen. Gut, schauen wir mal, was hier passiert. Wir wissen noch nicht, was vor sich geht. We don't understand what's going on. Und es ist ein Kopfgeld auf uns ausgesetzt, offenbar. Und wir sollen erstmal schauen, um uns in Sicherheit zu begeben, bis sich der Rauch verzogen hat. Your friend Ronny from the asteroid belt knows pretty well, where to go to ground. Okay. Ronny kennt sich aus, der weiß, was da abgeht. Gut. Quest received something happened. Gut. Wir haben Kirill, Grace und Julia an Bord. Er ist unser Captain, der Kirill. Drum hat er hier so ein Sternchen drauf. Und das ist es im Grunde. Das ist die Grafik, die man die meiste Zeit sehen wird. Wir sehen hier unser Schiffchen und der Schiff ist unterteilt in verschiedene Bereiche, die es zu bemannen gilt. Und mit Hilfe der Leute, die da drinnen sind, können wir dann diese Räume nutzen. Kurz vorweg noch gesprochen, Fast and Light wird jetzt ein Let's Play-Game von mir. Nicht alleine. Da gibt es ein Together. Das kommt ziemlich bald. Ich habe es noch nicht geschnitten. Aber wir haben schon die ersten zwei, drei Folgen, glaube ich, aufgenommen. Das heißt, jeder, der davon begeistert ist, gibt auf jeden Fall ein Fast and Light-Let's Play. Und vielleicht, wenn euch das eben auch gefällt, dann gerne in den Korptare tippen. Dann können wir uns das auch noch weiter anschauen und da vielleicht auch ein Let's Play draus machen. Guti. Das ist, wie gesagt, unser Schiffchen. Wir haben hier unsere drei Leute. Wir sehen es auch so ein bisschen gehighlighted. Da, wo grün umrandet ist, das ist quasi der, auf dem hier die Maus drauf ist. Wir haben jemanden am Steuer. Steuer ist einfach gut, um in die ganze Mühle zu fliegen. Der zählt auch gleichzeitig als Captain. Das ist ein bisschen anders als bei Fast and Light. Bei Fast and Light ist es egal, wer drauf geht. Und hier muss der Käpt'n auf jeden Fall überleben. Wenn der stirbt, dann ist die ganze Mission auch im Eimer. Dann haben wir jemanden im Maschinenraum. Das ist Grace. Und dann haben wir noch jemanden an den Waffen. Und das ist Julia. Dann schauen wir uns mal ganz kurz die Menüs an. Okay, das ist im Grunde nicht so wichtig. Da haben wir die Credits. Wie viel Geld wir im Moment haben. Scrap. Wie viel Material wir haben. Wie viel, ich weiß gar nicht, wie es bei FDL heißt. Da gibt es auf jeden Fall auch diese Mechanik. Bedeutet einfach, wie viel Upgrades man machen kann am Schiff. Denn alles an Upgrades kostet Scrap. Dann haben wir Supplies. Essen. Was man braucht, um zu überleben. Gibt es bei FDL nicht. Und Fuel. Das gibt es auch. Treibstoff. Man muss irgendwie weiterkommen und mit dem Treibstoff nicht. Also gut haushalten. Damit man nicht einfach dann ohne da steht und sich nicht mehr bewegen kann. Dann haben wir die Höhlenintegrität. Auch das gibt es bei FDL. Die sollte nicht auf Null sinken. Denn ansonsten ist das Schiff Muß. Und die Schilde, die werden vorher noch abgegriffen, bevor dann der Schaden auf die Hülle kommt. Dann haben wir das Shipmanagement. Im Shipmanagement sehen wir, klarerweise an das Schiff, wir sehen die 300 Höhlenintegrität. die wir auch hier gehighlighted haben. Die könnten wir mit dem Regler hier verbessern, wenn die angeschlagen ist. Sehen wir definitiv nach dem ersten oder zweiten Kampf. Und dann sehen wir die verschiedenen Subsysteme und können dort dann den Scrap verwerten. Könnten dann sagen, ich erhöhe zum Beispiel den Schildgenerator, setze da drei rein oder gleich vier. Und ich kann mir dabei nur drei leisten, weil ich muss draufbleiben mit der Maus. Schaut einfach mal nach rechts und dann seht ihr die Kosten. Ich würde es jetzt auf Level 3 bringen. Das bedeutet, wir haben statt 20, 30 Schildpunkte. Somit haben wir ein bisschen mehr, sind wir auf der selben Seite, das sagen wir mal so. Genau, das heißt, hier das abzugraden würde 40 Scrap Kosten von unseren aktuell 50 vorhandenen. Das recheckt wir mal. Genau, so funktioniert das dann auch hier. Und überall, wenn wir dann drüber scrollen, sehen wir, was es denn auslöst. Wir haben ein Türsystem. Das bedeutet, die Türen öffnen sich und schließen sich. Man kann das Ganze automatisieren und man kann das Ganze auch verbessern und dann stärkere Türen haben. Das heißt, wenn zum Beispiel, also wir fliegen gleich in einen Sektor, wenn jetzt ein Schiff auf uns stößt und das möchte, hat ein Transporter und mag zu uns kommen, mag uns infiltrieren und mag unserer Crew auf die Fresse geben, dann könnten wir uns hinter einer Tür verschanzen und das Ganze verhindern. Türen sind die hier, die kann man auf oder zumachen. Ist meiner Meinung nach ein bisschen friemelig in dieser Ansicht. Also man kann da, glaube ich, auch mal schnell daneben klicken, weil wir auch sehen, dass die Hitbox nicht genau auf der Tür ist, sondern immer so ein bisschen daneben. Und da kann es dann vielleicht passieren in der Eile, dass man auf diese Hülle, auf diese Tür hier klickt und wir sehen schon, da habe ich jetzt Dinges reingelassen hier. Von außen die böse Luft und das gefällt unserem O2 überhaupt nicht, weil Treibstoff geht dann irgendwann flöten, wenn wir da die Türen, die Außentüren offen haben und das sollte nicht sein. Also das sind die Türen. Dann haben wir Sensoren mit den Sensoren. Sehen wir, was an Bord vom Alien-Schiff abgeht, wo die Leute so stationiert sind. Wir sehen das ja hier schon an unserem Alien-Schiff und dann sehen wir das bei den Gegnern auch und sehen dann, ah, die haben jemanden im Phaser-Raum und wenn wir den Phaser-Raum beschießen, dann ist eine große Wahrscheinlichkeit, dass wir auch die Leute kennen, die in dem Phaser-Raum drinnen sind. Captain Bridge, das ist da vorne, das ist die Steuereinheit. In dem Fall haben sie es ein bisschen anders gemacht als bei Phaser-Leute. Dann haben wir die Schilde. Wir haben Hyperdrive, also die Fortbewegung, wo auch einer drinnen sitzt, er hier im Hyperdrive-Raum. Auch da, wenn man drüber scrollt, sieht man dann die einzelnen Räume und die einzelnen Bezeichnungen. Und dann Mad Bay, wenn sich jemand verletzt, kann er sich reinstellen und wird geheilt. Wir haben einen O2-Raum, einen Oxygen Regenerator. Der sollte immer intakt sein, weil wenn nicht, dann fällt irgendeinem Sauerstoff aus und das wäre nicht so geil. Dann haben wir den Speed, da können wir uns dann fortbewegen. Abhaunt von hier. Das kostet uns offenbar ein Treibstoff und drei Nahrung, wahrscheinlich, weil wir drei Leute haben, den wir mal vorstellen. Dass deswegen drei Nahrungen abgezwackt werden. Dann haben wir die Waffen, Armory Module mit einer Blaster Turret. Das war diese Plasma Waffe und einem Raketen Launcher. Und zwei, die wir noch nicht ausgerüstet haben. Die können wir im Laufe der Zeit finden und dann einbauen. Gut, dann schauen wir uns noch ganz kurz die Cargo Hold an. Da gibt es im Grunde nichts besonders Spannendes, da ist noch nichts installiert. Auch Drohnen gäbe es, Abwehr- oder Angriffstrohnen vermute ich, denn genauso ist es auch in Faster Than Light. Und die Crew, die sehen wir hier auch nochmal, da kann man dann drüber scrollen. Und wir sehen, die verschiedenen Werte von der Crew sind alles drei Menschen. Ein Mann, zwei Frauen. Wir sehen die Gesundheit, wir sehen dann Moral und Loyalität. Das ist neu. Das heißt, eventuell könnten die Leute dann auch meutern. Wir sehen den Speed, den Melee, also die die Angriffsrate, die wie heißen das, Nahkampfrate, glaube ich. Melee müsste Nahkampf sein. Attack Range ist dann Fernkampfwaffe mit einem Phaser oder sowas. Repair, ganz klar, reparieren von Schiffsmodulen. Oxygen, wie viel Sauerstoff sie noch in den Lungen haben, würde ich mal tippen. Und Supply Essen. Das heißt, die haben offenbar, jeder hat so eine Notfallration mit. Da ist überhaupt nichts. Da wissen wir noch gar nichts. Wir sehen ein gewisses Beziehungssystem, also so ein bisschen wie Sims im Weltall. Wir sehen Grace und Kirill, die kommen total gut zurecht, die sind Best Buddies. Mit Julia ist ein bisschen Stress. Ist vielleicht die Ex-Freundin oder so. Haben wir ihn jetzt nicht ganz so gut wie mit Grace. Gut, ich glaube, das war's an Erklärungen. Groben Erklärungen. Es gibt dann noch ein Bounty Level. Das ist eine große Neuerung im Vergleich zur FTL. Das ist quasi die Aufmerksamkeit, die man erregt. Und je mehr man an Aufmerksamkeit erregt, erhöht die Schwierigkeit von den Kämpfen. Und je länger man in einem System bleibt, erhöht das auch quasi dieses Bounty Level. Ich glaube, am Anfang noch nicht, weil Start. Aber später kann das durchaus passieren. Das heißt, das ist ein bisschen anders als bei FTL. Da kann man eigentlich im Sektor chillen, sobald man die Gegner gekillt hat. Hier nicht. Hier sollte man dann wirklich gucken, dass man abhaut. Und das Abhauen werden wir jetzt auch machen. Ich gehe auf Beschleunigen und dann sehen wir die Weltkarte, die für mich als Laie schwer ist. Ich bin wie die FTL-Karte gewohnt. Die ist wirklich deppen einfach. Da kann man sich gut zurechtfinden. Die hier ist schick gemacht. Man kann auch schön reinzoomeln, kann sich das hier zum Beispiel anschauen. Ein bisschen reinzoomen und denkt oh cool. Nice. Sieht mega fancy aus. Da sieht man dann einen Planeten, wo wir uns gerade drinnen befinden. Da kreisen Monde drumherum. Das ist der Zaurak-Sektor. Und da sehen wir, dass wir da drinnen sind. Shipposition. Okay, sehr praktisch. Bringt einen dann direkt zur Schiffsposition sollten wir uns irgendwo anders befinden. Aber ich blicke noch nicht wirklich durch, was genau das für Striche sind. Nach Riegel komme ich offenbar nicht rein. Aber ich könnte auf dem grünen Weg mich nach Giena Signali vorkämpfen. Würde ich mal tippen. Wird sich nicht lohnen. ich sollte irgendwo im eigenen Gebiet erstmal bleiben. Offenbar gibt es da dann auch den Übergang in ein anderes Gebiet, den vielleicht feindlich ist, was vielleicht zu ist. Oder irgendwas passiert. Punkto Bounty Level. Ich weiß es noch nicht. Das kann ich euch noch nicht sagen. Man kann die Map ein bisschen drehen. Wir schauen einfach mal in das Gloominum System würde ich sagen. Weil alle anderen dann muss ich eh vorbei am Gloominum System. Das schaut richtig cool aus. Richtig schön gemacht. Ich hoffe, dass ihr den Lüfter nicht so krass hört. Das Spiel ist glaube ich noch nicht so perfekt abgemischt. jedenfalls geht mein Lüfter manchmal noch mega steil bei dem Spiel und kriegt sich dann auch nach Schließen vom Spiel nicht ein. Muss ich dann meistens einen Neustart machen oder ich fummel in dem mühsamen AMD Grafik Launcher ein bisschen was rum. Das ist nur abseits davon. Gut, wir sind angekommen und bekommen eine Nachricht einer Forschungsstation die sagen wir sollen ihnen Tiere liefern und die Tiere schauen schon sehr harmlos aus. Ja, dann machen wir das natürlich mehr green. Genau, wir machen das. Natürlich alle Tierchen her in unserem Cargoraum gar kein Problem und wir bekommen eine Belohnung dafür hat offenbar ganz gut funktioniert die Moral ist auch super weil Tiere mag jeder vor allem Tiere die nichts tun und deswegen haben wir ein bisschen Kohle bekommen und die Moral von allen ist angestiegen Bounty Level ist auch ein bisschen angestiegen 1,05 mittlerweile und ansonsten ist hier nichts passiert in dem Sektor wir können also jederzeit weiterfliegen zahlen wieder drei Nahrung und ein Sprit da ich nicht genau weiß was hier passiert aber es so geil leitet denke ich mir ich muss dorthin deswegen fliegen wir da erstmal nach Alphysir weil offenbar muss ich dorthin um nach Alatfar zu kommen das schaut echt cool aus oh roter alarm ich hoffe dass der Sound passt dass er nicht zu laut ist ich wollte das aber was doch ziemlich cool ist vom Sound her wollte ich das auch auf jeden Fall mit nehmen und nicht zu leise wieder geben gut okay wir treffen ein anderes Schiff das sich im Nebel verborgen hat und das ist es das ist das andere Schiff man kann es geht die Musik gerade apeshit klingt richtig gut ich hoffe nur dass es nicht zu laut ist schaut gut aus genau jetzt sehen wir das andere Schiff und das ist genau im Grunde so aufgebaut wie wir auch das verschiedene Module hat zum Beispiel da die Captains Brücke haben sie das Tür System den Schild Generator Armory Modul wo sie die Waffen abfeuern Krankenstation U2 und den Hyperdrive mit Hilfe dessen sie sich fortbewegen ich 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 20 Schilder und wo wir 300 Hüllen Integrität haben haben die nur 80 kleiner mit dem wäre man ziemlich schnell fertig so weit der Plan genau Armory Modul das heißt Julia ist unsere Tante die sich kümmern wird um darum die das gegnerische Schiff zu beschießen ich wehe da unten eine Waffe aus und feuere erstmal auf deren Armory Module wenn ich draufklick seht ihr es wird geheiltet von einer 1 und ich kann auch sagen ich haue meinen Rocket Launcher drauf dann sollte es auch noch irgendwo geheiltet werden geht im Moment nicht weil noch keine Energie da ist ok alles klar gut dann kommen wir mal mit der normalen Waffe drauf schießen und das werden wir gleich sehen wir haben gerade einen Projektil rein bekommen das hat zum glück gemisst das hat gezimmert da sind uns gleich mal ein bisschen höhen integrität verloren gegangen ich hoffe dass wir beide mal schießen das schaut sehr gut aus haben auch gerade 10 Schaden erhalten das ist jetzt nicht so gut weil O2 unser Sauerstoff Raum der ist ausgefallen ein guter Treffer gleich direkt auf das Türensystem und B auf den Sauerstoff Raum und naja wie gesagt das sollte man relativ weit fixen denn ohne Treibstoff lebt sich nicht so geil hier hier ist ein bisschen friemelig das schön im Auge zu behalten dass man alles perfekt erwischt das ist das Gute dass ich hier auf Pause schalten kann denn es passiert so schnell dass man Dinge übersieht auch bei FTL das ist ein großer Vorteil wenn man das zum Beispiel zu zweit spielt oder wenn man einfach auf Pause drücken kann während den Gefechten weil wie gesagt man muss auf den Gegner achten muss schauen dass man deren Waffensystem lahmlegt dass man deren O2 lahmlegt oder Transporter je nachdem auf was man dann Fokus legt muss aber auch schauen dass man selber nicht getroffen wird und das Spiel sieht super schön aus aber es glänzt nicht mit Übersichtlichkeit das muss ich auch sagen denn bei FTL habe ich zum Beispiel eine Draufsicht und das finde ich ich vergehen Elemente wie zum Beispiel wenn man drauf schaut sieht man halt einfach von den Besatzungsleuten weniger und kann die weniger gut auseinander kennen die hat von oben alle gleich ausschauen aber dadurch dass man es von oben hat ist der große Vorteil dass es übersichtlicher ist und hier ist es ein bisschen schräg zudem finde ich auch nicht dass man die Figuren mega auseinander kennt also hat man dadurch schaut aus aber bisschen mehr übersicht wäre vielleicht gar nicht so verkehrt ok passt das hat mal funktioniert ich haue die Grace mal da rein damit sie sich um diese Bereiche kümmert nebenbei schau mal da auch noch durch aber es ist kein Feuer ausgebrochen das ist mal gut oh shit jetzt sieht es da hinten übel aus dann schickt mal Grace wieder sich darum kümmern Julia hat das hier unter Kontrolle bekommen das schaut demnach sehr gut aus gut wir schießen wieder auf ihren blöden Raum kein Feuer das ist super und es ist jetzt so wenn ich die Leute da drinnen habe dann bewirkt das etwas gutes also wenn ich den Captain drinnen habe dann ist es eine 5% Evasion Chance das heißt ich kann ausweichen wirkt dabei nicht so weil irgendwie sitzt jeder Treffer gefühlt wir kommen überhaupt nicht durch und bei denen sitzt einfach jeder Treffer das würde eigentlich ein guter Captain Evasion das heißt er sorgt für die Ausdauer für die für das Ausweichen und bei den Waffen ist es so dass der halt dafür sorgt dass man generell angreifen kann und er sorgt dafür dass man irgendwie starten kann mit dem Hyperdrive so kriegen wir es vielleicht endlich mal hin jetzt haben wir zumindest mal die dummen Schilde weg es wäre aber halt auch noch richtig nice wenn wir vielleicht auch noch ein bisschen was bei den Waffen bewirken könnten so da knurren wir uns um den Raum dass wir den Raum hinkriegen so jetzt schießen wir denen mal ordentlich die Hütte weg Shitgenerator scheint ausgefallen zu sein dann ist das unser nächster Fokus oh so jetzt haben wir es mal jetzt sind die Waffen mal rot markiert und das bedeutet die können dabei keine Waffen schießen die werden sich jetzt fokussieren darauf dass sie die Waffen repariert kriegen und wir schießen einfach noch ein bisschen weiter drauf und hoffen dass wir auch ein paar Leute erwischen die da am reparieren sind das sieht sehr gut aus die Hühn Integrität leidet bei denen schon massiv Grace kümmert sich noch um die Reparatur die bauen so ein bisschen was an den Schilden wieder auf und jetzt haben sie ihre Waffen wieder ins Werken bekommen das heißt offenbar sehr gut gearbeitet obwohl wir die ganze Zeit den Raum beschießen haben sie das reparieren können und hauen uns gleich wieder einen Schaden rein so jetzt aber Schiff ist explodiert oh und bei uns brennt es wir müssen gucken dass wir das ganze Schiff repariert bekommen und den Brand löschen Brand kann sich natürlich ausweiten und kann zu unangenehmen Dingen führen wir kriegen Geld Scrap mit dem wir das Schiff upgraden können ein paar Burger immer lecker dann ein paar Rockets mit denen wir die eine Waffe bedienen können Speedfire Rockets und Bounty Bounty Level ist offenbar increased worden die sind einfach aufmerksam geworden die Bösen auf uns und wissen wo wir sind und wir schauen wie wir da abhauen können da wird das Schiff gelöscht das Feuer gelöscht und repariert und dieses Plus Eins bedeutet glaube ich auch dass sie gerade besser wird was das Reparieren betrifft ich habe die Grace eigentlich gerade überall herum geschickt zum Reparieren ist gar nicht so schlecht wenn man Leute hat auf die man wo man gewisse Sachen spezialisiert sprich dass der Käpt'n immer vorne ist und navigiert der mit den Waffen sich immer um die Waffen kümmert und wenn man einen Reparateur hat ist es sicher auch ganz praktisch denn dadurch werden die immer besser die Leute in dem was sie tun Loyalität ist noch top der Speed ist die ist offenbar getroffen worden die humpelt oder irgendwas die hat nur mal einen Speed von 1,8 die Grace oh je die hat einen Treffer abkassiert und deswegen nicht mehr ganz so fit ich hoffe dass sie sich erholt ich meine ich kann die Grace jetzt in die Krankenstation schicken und hoffen dass die irgendwie von selber geheilt wird normalerweise müsste da jetzt aufploppen dass sie geheilt wird ich hoffe dass man das einfach heilen kann dieses Humpeln und dass sie das jetzt nicht die ganze Zeit mit sich trägt hier die Jule zum Beispiel die wird gerade geheilt da sehen wir das ganz gut bei ihr passiert offenbar nichts hoffen wir einfach mal dass sie irgendwann aufhört zu humpeln das wäre vielleicht ganz nice die Grace die humpelt leider immer noch die Hülle die hat ein bisschen Schaden genommen von 300 auf 210 und ich könnte das Ganze jetzt heilen indem ich Scrap ausgib ihr seht schon das ist ziemlich teuer kostet 270 um die Hülle komplett zu reparieren und ist schon sehr teuer eigentlich wenn ich da auf die nächsten Level gehe so viel können wir uns gar nicht leisten wir haben hier nur 88 Scrap meine Überlegung ist generell erstmal die Schilde zu verbessern und zu hoffen dass die Schilde einfach ordentlich was abhalten genau das könnte ich verbessern zusätzlich vielleicht auch die Schilde dann wären wir schon bei 70 Scrap was uns das Ganze kostet und Reaktor technisch sind wir eigentlich auch schon sehr gut dabei ich akzepte das mal genau man hat nämlich nicht unendlich Energie da müssen wir aufpassen beim Reaktor dass der genug hergibt weil den Reaktor müsste man ansonsten upgraden um mehr Systeme zum Laufen zu kriegen wir sehen da so grob wie viel Energie es kostet ein System zum Laufen zu kriegen beim Hyperdrive und bei den Schilden sehen wir beide die sind nicht ausgelastet da sehen wir ein weißes Schichtel also ein weißes Zeichen und ein graues Zeichen bedeutet es ist nur zur Hälfte gerade aktiviert Grace war glaube ich die die sich da um den Antrieb kümmert das heißt wir haben einfach nicht genug Energie im Moment um das komplett auszufüllen wir müssen erst die den Reaktor weiter rauf kriegen ich hoffe das ist einigermaßen verständlich und da haben wir es genauso da haben wir auch zwei von drei von dem Schildreaktor das heißt im Moment hat es uns gar nichts gebracht das Schild abzugraden sondern wir müssen erst hier beim Reaktor was rein investieren leider noch zu teuer können wir es noch nicht leisten deswegen lassen wir das wir fliegen weiter da unten fliegen in dieses Marit System was haben wir denn hier eigentlich wir sehen nämlich da ein negatives Zeichen aber ich weiß nicht genau was das bedeutet also das hier dieses diese rote Wolke aber gut wir leben noch also hey nicht so schlimm dann fliegen wir mal in dieses Marit System da ist irgendwie auch ein roter Punkt mal gucken was das sein wird ok irgendjemand verfolgt uns und Tao sagt hallo Captain du bist so gut wie tot es kommt zu Kampf oh der ist aber niedlich ein süßes kleines Schiff hat zuerst mächtig ausgeschaut aber im Grunde sehr kompakt und sehr klein Vorteil von der kompakten Bauweise von dem hier der kommt überall hin sehr schnell ist bei uns ein bisschen der Nachteil wir müssen da erstmal durch Raum durch Raum durch Raum durch Raum laufen um irgendwo hinzukommen und bei denen ist es wie gesagt alles sehr schön komprimiert was an sich ein Vorteil ist gut wir schießen wieder den Waffenraum kaputt ich weiß nicht was habt ihr für eine Vorgehensweise bei FTL ist es bei euch auch so dass ihr erst auf den Waffenraum geht jetzt sehen wir übrigens von denen die Leute Atara bewegt sich und Keledarix der bleibt dann noch stehen und Hao das ist der der uns vorgerufen hat der Käpt'n der gesagt hat dass wir sterben wir haben wir mal schauen wie er am Ende drauf geht der eine schaut nach einem Reptil Alien aus das ist ein Mensch das ist so ein Geistwesen oder so würde ich mal tippen sieht interessant aus der fixt jetzt auf jeden Fall den Raum hier schaut dass er die Waffen wieder ins Laufen kriegt und ich feuer einfach auf den Waffenraum weiter drauf denn wir wollen nicht dass er sich irgendwie wehrt man kann es auch anders machen man kann auch auf den O2 Raum gehen so dass ihnen nach und nach der Sauerstoff ausgeht aber hat halt dann immer noch das Problem dass die halt einfach noch weiter drauf schießen und man will das ja nicht man will ja nicht dass die irgendwie schießen sondern man will so schnell wie möglich die irgendwie ausschalten wir haben entschieden eine eine Fehlermeldung und müssen uns darum kümmern die Hülle ist fast unten von denen sieht also ganz gut aus dass wir die bald fertig machen der Rocket Launcher wäre ready man könnte ihn einsetzen aber es geht glaube ich auch so ich mag nicht unbedingt besonders viele von den Rockets verwenden wir haben hier nur 8 und vielleicht kriegen wir das auch mit den regulären Waffen hin kann gerade ein bisschen Hüllenschaden erhalten aber die Waffen von denen sind schon wieder unten ausgezeichnet was wir leider nicht runter kriegen ist die Gesundheit von denen ein bisschen schade der macht das ganz gut glaube ich und heilt sich mal wieder zwischendrin so bei uns sieht es ganz gut aus unser unser Schiffchen schaut ganz gut aus wir beschießen einfach weiter den blöden Antrieb das ist natürlich nicht gut Feuer da drinnen ich weiß nicht ob ich den Käpt'n dann nach hinten schicken soll den Waffenhandel werde ich auf jeden Fall dort behalten wo er ist der Angriff ist die beste Verteidigung oh yeah die wissen wie sie uns da anpissen wollen jetzt gibt es doch noch eine Rocket rein jetzt reicht es uns wir haben es anders versucht aber hey wer nicht hören will der kriegt es ins Maul der kriegt es ins Maul sie ist ziemlich am Sack die sollte sich mal heilen dabei nimmt er ihre Position an oh je jetzt brennt es da drinnen das heißt wir sollten das Feuer so schnell wie möglich löschen Grace dann guck nochmal dass du das eben machst die Waffen sind offenbar ausgefallen genau die Waffen sind ausgefallen wir wissen es ja oh die erwischen uns gerade ganz schön so du geh heilen du geh vielleicht reparieren dabei gehst du da rein und betätigst die Waffen sollte man nicht so häufig machen dass man das so herum wechselt weil dann können die nicht an Erfahrung so das Schiff ist explodiert sehr schön hat uns aber ordentlich was gekostet aber Höhenintegrität krass auf 70 runter alles klar wir sind so gut wie tot wie lange haben wir denn auf der Uhr 40 Minuten sowas mal schauen wie lang es noch dauert es ist wie Fast and Light schwer gerade am Anfang sollte man wirklich viel auf die Verteidigung investieren habe ich auch gemacht aber kommt einfach sehr wenig Scrap rum dass man so schnell wie möglich die Schilder upgraden kann 70 ist schon sehr wenig Bounty Level ist increased worden wir haben Rockets bekommen sehr gut können wir uns besser verteidigen Treibstoff und ein bisschen Credits Joa Leudeln ihr heizt euch einmal geht's mal alle in den Raum und heizt euch Kirill du bist der Captain dann hau ab und geh da rauf Julia war Julia ist Julia war die Angreiftante glaube ich ohje da geht der Lüfter wieder hoch bei mir und Grace saß glaube ich da drinnen ok ohja und den Raum hier den bitte auch noch anschauen und reparieren ähm zu Glück brennt hier nichts das heißt es geht nicht auf die Gesundheit 1.38 ist das jetzt erhöht worden in der Zeit wo wir da jetzt gechillt haben weiß ich nicht genau ob das hoch geht auch wenn wir einfach nur da unsere Basis chilen ich habe nämlich die Vermutung dass es so ist ähm gut wir schauen weiter nach Full Loot und dann sollte man vielleicht da auch nachher wie schauen wir das ist irgendetwas grünes und grün ist glaube ich ganz gut schaut nach einem grünen Alien aus aber grün tippe ich erstmal drauf dass es gar nicht so verkehrt ist ähm ja vielleicht kann ich da direkt hinfahren ne muss erst über Umwege hin oje da gibt es schon wieder den roten Alarm eieieiei ok passiert einfach gar nichts kein Text nichts ausgefallen überhaupt nichts ok nehmen wir genau so hin 18 Scrap haben wir damit können wir uns genau 0 leisten dann schauen wir weiter in dieses Groomium System und schauen wir mal ob wir da irgendwie einen was positives erleben mal zur Abwechslung ah gar nichts naja das ist natürlich auch super gar nichts ist natürlich ne auch so eine Sache ach du scheinst um da rein zu kommen muss ich erst wieder rundherum fahren muss ich wieder zurück das Alheats und Maffik ok gibt es da keine andere Möglichkeit da hin zu kommen so ein bisschen belastend also die Übersicht ist nicht die geilste diese Geräusche ne ja Bounty Level increased immer weiter je mehr Sprünge wir machen ready to fight oh you can't escape ja die sagen da ist ein Kopfgeld auf uns ausgesetzt die sehen sogar richtig piraterisch aus cool gemacht die wollen uns aufs Maul geben auch da haben wir wieder so eine Geistergestalt den Captain und irgend so ein Insektoides Wesen so wir messen nicht viel sondern hauen denen gleich direkt eine schöne Rakete in die Fräse oh ja sehr schön gleich mal Feuer verursacht so viel Spaß das zu reparieren ihr Penner oh die heilen sich der heilt sich da oben er repariert gar nicht interessant kann das Alien vielleicht nicht reparieren vielleicht ist das eine Geschichte dass nicht jeder reparieren kann geht auf jeden Fall ein bisschen auf O2 auch nebenbei schauen wir mal dass wir deren Sauerstoff so ein bisschen ankratzen oh ja das ist auch sehr gut guter Treffer dann schauen wir vielleicht weiter zu den Schilden dass wir die Schilder auch noch wegballern so schnell wie möglich die reparieren offenbar zumindest die Waffen nicht ja das lief richtig gut das war mal ein guter Fight das lobe ich mir Bounty Level Increased Fuel Supplies und Credits kein Scrap dabei gib mal eine Weise und von den Schiffssystemen her schaut es ganz geil aus eigentlich also nichts was jetzt besonders sich verschlimmert hätte wir schauen ins Fuhrlot System dieser rote Alarm gibt es mal irgendetwas positives ah eine Minenkolonie die meldet sich bei uns und die sagen es ist die ganze Zeit attackiert von diesen Piraten und wir könnten sagen wir helfen ihnen die das System am laufen zu halten die Defense zu erhöhen oder eine Überraschungs Attacke auf das Schiff wenn es kommt und das killen wir haben nicht mehr so viel Höhlen Integrität und irgendwie mag uns alles killen ich weiß nicht ob wir das machen sollten die surprise attack auf das Schiff oder ob wir einfach helfen sollen ja mal was soll's wir attackieren das Schiff denn irgendwie muss ja dieser Angriff aufhören und wer weiß vielleicht werden wir fürstlich belohnt würde ich auf jeden fall hoffen genau da tada schaut geil aus das Schiff doch sehr kompakt schöne Bauweise und sehr schöner Stil von dem Schiff genau wir haben die surprise attack auf die gelaunched 20 70 an sich ok klingt erst mal nicht so schlimm aber naja gucken wir mal was ist das hier genau für ein Raum Drone Control Unit ah ja ok diese Drohne hier die wird kontrolliert von diesem Raum das heißt die haben eben zusätzlich auch noch eine Drohnen Einheit und die Drohne wird uns beschießen schätze ich denke mal das wird so eine Eingriffs Drohne sein das heißt wir sollten auch gucken dass wir die Drohne so schnell wie möglich eliminieren die kreist da herum und macht dumme Sachen ja genau attackiert uns da ein bisschen so dem Waffensystem funktioniert leider wieder Hühnen Integrität haben satten Treffer erwischt auf uns gar nicht so cool müssen wir uns sofort um kümmern bevor wir drauf gehen deren Waffen sind ausgefallen im Moment die Drohne ist aber noch aktiv jetzt funktionieren die Waffen auch wieder Feuer 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 Leute yes da geht's drauf yes gut gerne 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 wir haben gerne geholfen jetzt gibt uns was gibt uns irgendwas small reward klingt mal nicht so geil bounty level increased immer noch mehr credits wir haben Drohnen Teile bekommen um unsere eigenen Drohnen zu bauen zu versorgen oder zu versorgen denke ich mal Scrap sehr wichtig und credits sehr schön guti wir sollten auf jeden Fall mal reparieren ist da Feuer das Leben geht auf jeden Fall krass runter weiß ich genau warum aber auf jeden Fall gut wenn zwei Leute sich darum kümmern so dann levelt es mal also heizt euch mal ein bisschen hoch sehr gut dann Grace du hast wieder ab und du hast auch ab dem Schiff geht's relativ beschissen ich werde gucken ob ich noch irgendwas ausgeben kann wäre nämlich gar nicht so schlecht den Reaktor zu verbessern 25 kostet mich das ähm akzeptten wir das mal denn dann kann ich jetzt mehr Energie rein verteilen wir haben ja jetzt gleich angegriffen in dem Sektor in dem wir sind und gerade jemanden fertig gemacht haben äh was ist das ist ja voll gemein wir waren hier gerade mitten am ausrüsten und am regenerieren Leute was soll denn das dann ist es halt wirklich nicht so gut dass man in einem System verharrt und sich dort repariert äh ja kann dann passieren dass man dann gleich nochmal angegriffen wird äh ja ich kann auch aktuell nichts kaufen das ist ausgegraut das heißt ich kann meine Hühnintegrität aktuell nicht verbessern was wir aber noch machen konnten ist den Schildgenerator auf level 3 zu bringen so dass wir irgendwie mehr Treffer aushalten das wäre ganz geil cool wie man da im Hintergrund noch gesehen hat dieses andere Schiff wie das ähm noch zerschellt goodie wow ich hab keine Waffen mehr ah ich hab noch Speedfire Rockets gut sehr schön klappt das kann ich das dann ausnutzen Speedfire Rockets ähm ja I guess uh sehr schön Speedfire mag ich das mag ich ja sehr gerne schnelle Raketen ausgezeichnet die haben keine Drohnen das ist mal positiv 40 Hühnintegrität hei 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 Leute Speedfire macht die Waffen unschädlich oh ja genau das ist natürlich super der Treffer war kacke guckt das ihr das so schnell wie möglich repariert kriegt die Waffen sind zum Glück ausgefallen von dem Gegner der kann aktuell nichts machen wir können ja auch mal auf deren dumme Schilde ballern gesagt er soll kann aktuell nix machen hallo okay kirill captain geht wieder rauf für evasion klappt zwar in die aber hey und wir greifen wozu an wir greifen die waffen an never mind wir ändern da schnell mal unsere taktik wir wollen nicht dass es die noch mehr schaden machen nur noch 30 höhenintegrität und ich messe jetzt auch nicht mehr herum mit den projektilen wir haben einfach raus was geht 50 integrität haben die noch das heißt es sind eigentlich besser bestückt als wir die waffen funktionieren wieder und sind wieder ausgefallen gut 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 geht es auf o2 yes oh yeah oh yeah sieht ganz gut aus wir sollten jetzt so schnell wie möglich abhauen von da wir hauen uns in diesen alha sektor und guck mal was da passiert wahrscheinlich zerschäden wir einfach aber dann haben wir es mal gesehen asturiden wird das natürlich super und irgendwas verkehrt das stimmt ja nicht das ist natürlich auch perfekt nur asturiden keine schiffe aktuell hier aber vielleicht ist es ein hinterhalt ich sende jemanden meiner crew um zu gucken was vor sich geht es gibt übrigens auch versteckte antwortmöglichkeiten die ich nur erwähnen kann wenn ich ein bestimmtes crew mitglied habe wenn ich zum beispiel was weiß ich jemanden habe der besonders bei ftl ist es so wenn einer besonders wenn aber sie sich ein alien ist das feuerresistent ist dann kann ich das auf einem feuerplaneten schicken und der stirbt aber nicht und wenn ich einen menschen hinschicken kann sein dass der drauf geht zum beispiel also solche sachen die hat gekoppelt sind je nachdem was man halt für für sachen hat finde ich ganz cool weil das erhöht doch den widerspiel faktor ist zwar das sehr random aber hey das ist trotzdem das coole dass nicht immer alles gleich abläuft sondern dass man auch ein das ist wichtig ist welche entscheidung man trifft triggern steht hier irgendwo angepinselt an der wand und wir bringen das modul zurück auf unser schiffchen sieht mal ganz gut aus positiv ein tactical body mit einer tollen item beschreibung die ist noch nicht ready die station ist offenbar von fremden überrannt worden und die ganzen kreaturen sind gekillt worden die an bord waren genau dieses triggern steht eben dort das hast du der asteroid schaut aus nach einem schlachthaus entpuppt sich ein schlachthaus kann das sein ein lauter haus ist doch ein schlachthaus oder und wir finden den checktikron den sweet den ok gut oh ja das ist natürlich fies sobald wir uns da jetzt länger aufhalten sehen wir schon wie plötzlich irgendwelche fiesen asteroiden auf uns herab rassern das sehen wir glaube ich an diesem system wir sind an diesem bild hier da sollte man hier nicht so lang verweilen sondern abhauen man kann übrigens auch die zeit beschleunigen so viel ich weiß aber wer wird das wollen wer wird jetzt da beim asteroid system ausharren wollen und die zeit beschleunigen ich wüsste da jetzt niemanden ja jedenfalls sollen wir da nach al calp al rey das ist unsere nächste hop mission denke ich mal die dauert noch ewigkeit bis wir dort sind schauen wir mal in das pfad system 55 minuten auf der uhr werden wir das noch irgendwie überleben das ist die frage ich gucke ja mal dass ich so unter eineinhalb stunden bleibe das ist dann schon das maximum meistens für für weiterspielen ich glaube ich lese auch nicht jeden text vor ich mag ja auch nicht zu viel von der story spoilern für jeden der es dann natürlich selber spielt genau deswegen werde ich nicht jeden text vorlesen und auch weil es mich halt ein bisschen rausreißt dann dass ich dann versuche das zu übersetzen und ihr seht jetzt die ganze zeit eigentlich nur diesen starren beach guti wir haben noch thunderbolt rocket launcher das ist sehr gut das ist sehr positiv schauen wir mal ob wir noch irgendetwas anderes haben cargo technisch weapon haben wir die hier die drones haben wir nicht eingebaut wir haben die speed fire rockets die kann ich nicht daher ziehen weil die nimmt er sich eh automatisch offenbar wie sieht es bei der crew aus die eine ist immer noch gehbehindert die andere ist mittlerweile ein ingenieur die grace haben wir geschafft aus der einen ingenieur zu machen jetzt repariert die einfach besser sie kann sich zwar nicht so geil bewegen aber sie repariert ein bisschen schneller schiff ist wirklich sehr im arsch frage ob wir hier noch den schild generator verbessern 60 können wir uns aber nicht leisten und reaktor technisch schwer nicht schlecht weil der hyperdrive erhöht die evasion und also die die ausweich rate und der ist im moment auch nur zur hälfte verfügbar weil wir nicht genug energie haben das heißt ich müsste noch ein bisschen was in die energie reinpacken damit wir da vom hyperdrive profitieren mein erstes ziel ist aber erstmal da noch was zu verbessern hauen wir da mal 30 scrap rein und verbessern zumindest mal die hühne integrität auf 40 das ist echt übel 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 sprach der dübel da ist wieder irgendein alien schiff wahrscheinlich tippe ich mal ich hoffe ich kann es überspringen dieses bounty level geht immer weiter rauf ja piraten natürlich wie könnte es anders sein das ist aber richtig schön gemacht ich mag das ich mag diesen stil wie sie rein fliegen das schiff ich wünschte dass man dann jetzt eine freie kamera hätte so wie man es im sektor hat im sektor kann man ja auch sagen bitte zeigt mir direkt von oben oder zeigt ein bisschen von schräg wäre geil wenn man das bei den kämpfen auch machen könnte musik hier wieder mega am raging ich gehe wieder auf die waffen oh yeah das sieht doch mal ganz gut aus das haben wir schon mal down bekommen haben die drohnen oder irgendwas ich weiß nicht genau was das hier ist auf der captain bridge mit drohnen haben sie offenbar keiner dann gehen wir einfach mal auf deren dumme schilder gut die waffen funktionieren von denen wieder schlecht von uns funktioniert die hülle nicht sehr schlecht die haben auf jeden fall ihren fokus immer wieder auf unserer auf unserer hülle das fällt mir schon auf das ist immer deren erste anlaufstation trotzdem bin ich großer fan davon erst auf die waffen zu gehen jetzt kümmern wir uns wieder um deren waffen ja die funktionieren nämlich schon wieder und da zündet das auch schon wieder wir haben zwei leute die sich da jetzt kümmern um die reparatur irgendwie dauert das ewig jetzt sieht es da auch nicht so geil aus beim captain raum oh yeah schilder ausgefallen höhenintegrität bei uns besonders bescheiden bei denen auch nicht besonders gut die brauchen aber auch ewig um die um das zu reparieren den raum waffen funktionieren wieder beim gegner wir haben keine rockets mehr das ist belastend 1912 hühnerintegrität leute ich glaube das wird es bald gewesen sein 5 ja der nächste treffer zählt und der ist fast tot da einer hier ah ja 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 wir müssen irgendwie diesen raum repariert kriegen da ist es geschehen da explodieren wir schön gemacht schön animiert wie es uns zerberstet your captain is dead the mystery of dragon hasn't been uncovered yet aber ja perfekter zeitpunkt eigentlich schöne länge ist es jetzt geworden wir gehen wieder raus ins main menu zu triggern und dann könnten wir wieder ein neues spiel starten und könnten dann zum beispiel das andere schiff dann verwenden mit den aliens da gibt es nur zwei aliens schauen wir vielleicht noch ganz kurz rein dass wir das auch noch sehen das zweite freigeschaltete schiff und wie das so im innenraum ausschaut ja ja something happened ist mir egal ja eigentlich genauso hat auch dieselben geschichten an bord wie das andere schiff noch kein drohnensystem alles sehr basic und rudimentär wir brauchen nur zwei nahrung weil wir nur zwei leute haben und bei der crew sehen wir deren crew ist deren gesundheit ist nur auf 80 ich glaube das von dem menschen war auf 100 vorteil im close combat sind die richtig gut das heißt wenn jemand an bord kommt das gibt es auch noch dass sich jemand runter beamt auf unser schiff und direkt an den leuten schaden macht dann hätte der einen vorteil und würde die besser auslocken sein speed ist ein bisschen wieder behindert so wie dem von dem vorherigen und martial artist auch die macht einfach mehr schaden im nahkampf sehr schick also grafik gefällt mir sehr gut ich würde mir wie gesagt wünschen dass ich das ganze noch ein bisschen von oben auch sehen könnte das schiff um einfach noch mehr überblick zu haben so leuchtet schon sehr viel das befasst den leiten ein bisschen abgestumpft so dass man schnell weiß wo irgendwas gerade nicht funktioniert das ist hier ein bisschen aufgrund des design ansatzes schwerer zu lesen genauso wie mit den türen die könnte man vielleicht auch noch ein bisschen anders darstellen ja wie gesagt der vorteil wenn man das ganze ein bisschen in einer anderen perspektive dastehen lassen könnte nichtsdestotrotz grafisch sehr schön vom spielsystem faster than light gut erweitert anu und ich haben uns eh schon gefragt warum oder oder warum bei ftl noch kein update kam also kein richtiges update kein faster than light 2.0 weil so viele spiele werden verglichen mit faster than light das ist urvater von der roguelike sag ich mal neuzeitlicher urvater kam ja 2012 raus und so viele spiele werden mit faster than light verglichen wenn ihr auf game star schaut jeder test von einem roguelike steht immer da ftl ähnlich ftl klon ftl bla 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 und das ist ein wirklicher ftl klon der klont das spiel 1 zu 1 sag ich mal aber fügt paar verbesserungen hinzu also quasi wie ftl 2 wird von einem anderen publisher ich drücke dem team die daumen sieht sehr gut aus ein paar neue mechaniken zugefügt wie das bounty level zum beispiel oder dass man eben nahrung verbraucht ich hoffe dass die lesbarkeit noch ein bisschen besser wird im punkto wie gerade angesprochen das raumschiff und vor allem vom sektor dass man da vielleicht auch noch eine kleine bessere lesbarkeit irgendwie einbaut dass man weiß was genau ist es was da hinten einen erwartet warum leuchtet das so was sind das für für geschichten da warum leuchtet das hier grün und ich sehe das schiff und ich sehe die leute und wieso sehe ich da manchmal rote sachen und grüne sachen was bedeutet das alles das wäre noch sehr interessant zu erfahren gut also von meiner seite her definitiv weiter spielkandidat aber erst wenn es released ist erst in einer späteren version wenn eine deutsche übersetzung vielleicht drinnen ist weiß ich ob sie geplant ist wäre auf jeden fall ganz convenient und wenn die systeme vielleicht noch ein bisschen ausgearbeitet sind aber ansonsten gefällt es mir sehr gut daumen nach oben von der benotung her würde ich sagen eine solide sieben erst mal echt sehr schick schicke spiel hat mir gut gefallen jetzt seid ihr dran hier seid es dran schreibt es mir in die kommentare ob ich es weiterspielen soll ob es euch gefallen hat ob ihr mehr sehen wollt von dragon space story und dann sage ich bis zum nächsten mal danke fürs zuschauen bis zum nächsten weiterspielen ciao ciao